Missachtet. Missachtet ist das Partizip Perfekt von Missachten. Missachten heißt, jemanden nicht achten, keine Achtung vor jemandem zu haben. Missachten kann auch heißen, jemanden nicht zu respektieren. Missachten ist das Gegenteil von respektieren. Missachten kann aber auch einfach heißen, nicht beachten. Zum Beispiel kann man eine Vorschrift missachten, man kann einen Befehl missachten, man kann einen Rat missachten. Wenn du das Gefühl hast, dass du missachtet wirst, dann gilt es Gleichmut zu bewahren. Wenn du genügend Selbstvertrauen hast, wenn du genügend innere Stärke hast, dann macht es dir nichts aus, wenn andere dich missachten. Es nutzt nichts, gegen Missachtung zu schimpfen. Selten bekommst du mehr Achtung, wenn du dich gegen Missachtung zur Wehr setzt. Viel mehr bringt es, wenn du innerlich Stärke, Ruhe, Gelassenheit hast und Kontenanz bewahrst.